Hallo, ich komme gerade zurück von einer Tour mit Perth Quad Bike Tours. Das hat super viel Spaß gemacht, sehr aufregend, sowohl für Erwachsene als auch mit Kindern. Die haben dann ein wenig unterschiedliche Quads, aber alle sind auf jeden Fall super einfach zu bedienen. Das heißt für Anfänger kein Problem. Ihr habt die Möglichkeit in einem sehr großen Bereich zu fahren und dann geht es über Sand, durch den Wald, Steine, enge Kurven. Macht super viel Spaß. Und auf dem Weg könnt ihr auch noch Kängurus sehen und ganz viele andere Tiere. Es beginnt alles mit einer Sicherheitseinführung. Das ist alles für euren eigenen Schutz, dass da auch nichts schief geht. Und die ganze Ausrüstung wird auch gestellt.